AstraZeneca-Impfungen an mehreren Orten gestoppt Die Impfungen gegen die Covid-19-Erkrankung mit dem Impfstoff von AstraZeneca sind an mehreren Orten gestoppt worden. In Emden, Ostfriesland wurden Ende letzter Woche laut Ostfriesen-Zeitung vom 16. Februar 2021 194 Beschäftigte des Klinikums Emden geimpft. 29 davon zeigten heftigere Nebenwirkungen wie Fieber, Übelkeit und Kopfschmerzen und meldeten sich krank. Bereits am frühen Sonnabendnachmittag habe ein Stationsleiter über auftretende Symptome bei seinen Leuten berichtet, schrieb der Klinikverband. Daraus sei die Impfung von fünf weiteren Kollegen ausgesetzt worden, um die Handlungsfähigkeit der Station zu erhalten. Angesichts der Personalausfälle können nicht mehr alle Betten belegt werden. Auch bei der Kreisverwaltung in Wittmund waren Meldungen von ähnlichen Symptomen, dazu Schüttelfrost eingegangen. Die Kreisverwaltung hat deshalb eine Anfrage an das Land Niedersachsen gerichtet. Die für Montag geplante Impfung am Klinikum Lea wurde vorerst verschoben. Die ständige Impfkommission STIKO hatte bereits Ende Januar Folgendes zum Impfstoff von AstraZeneca mitgeteilt. Der Covid-19 Impfstoff von AstraZeneca wird aktuell aufgrund der derzeit verfügbaren Daten nur für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren empfohlen. Zur Beurteilung der Impfeffektivität ab 65 Jahren liegen bisher keine ausreichenden Daten vor. Die Nebenwirkungen werden dabei allerdings nicht erwähnt. Auch in Schweden in der Provinz Sörmland kam es laut Tagesspiegel bei 100 von 400 geimpften Krankenhausangestellten zu Nebenwirkungen. Auch soll die Wirksamkeit des Impfstoffes von AstraZeneca nur bei 70% liegen. Wirksamkeit des Impfstoffes von AstraZeneca